ja leute motorrad.de show me your bike tolle aktion da mache ich natürlich gerne mit und zeigt euch mal mein neuestes meinen neuesten motorroller honda cn 250 helix baujahr 1990 250 cc 17ps knappe 110 kleiner rundgang den schlüssel steckt schon drin und tachoanimation baujahr 1990 da war honda ganz am zahn der zeit und wie ihr ja schon gehört habt blinker richtige blinkerrelais noch die man auch hört wenn man 100 fährt toll da vergisst keiner mehr auszuschalten und dann starten wir mal kann es natürlich nicht richtig gas geben weil ist natürlich eine automatik aber hat sogar eine handbremse ist jetzt auch mal angezogen gucken wir mal ja versuch mal die fremse nicht zu zeigen das ist doch der hammer oder ja ich hoffe das war jetzt das letzte video mit dem waren ein paar kumpel von mir wollten sich auch eine kaufen und dann wollten wir nächsten sommer über die alten fahren sehen ob das klappt also ich bin auf jeden fall schon mal vorbereitet und auch gerne dabei schauen wir mal was passiert bis bald